Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Heute ist Thorsten Kiffner bei mir. Hallo. Die Öl- und Gasbranche, die steht heute im Fokus. Wir starten auch gleich einfach mal mit dem Ölpreis in die Sendung. Russland will die Förderung jetzt hier wieder ausweiten. Was könnte das für den Ölpreis jetzt bedeuten? Sagen wir so, sollte Saudi-Arabien damit unzufrieden sein und sollte jetzt wieder ein Preiskampf stattfinden, dann bedeutet das für Ölpreis definitiv nichts Gutes. Aber man hat schon auf diplomatischen Wegen anscheinend hier und da verhandelt und man rechnet auch so rum, dass die russische Wirtschaft ohnehin selbst viel mehr Öl mittlerweile braucht, da man ja auch jetzt rauskommt aus diesen Shutdowns und so weiter und dass gar nicht so viel Öl auf den Weltmärkten landen wird. Manche Experten bezweifeln das. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Was man natürlich ganz klar sagen muss, während wir jetzt ja wirklich im Zuge der weltweiten Lockdowns einen Nachfragerückgang von fast 30 Prozent, aber es sind wir jetzt so bei knapp 10 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Also es ist schon durchaus verständlich, dass jetzt die großen Ölproduzenten ihr ganz starken Förderkurs jetzt allmählich wieder zurücknehmen. Aber klar, wenn das natürlich jetzt ein Wettlaufen wird, wer pumpt schnell am meisten Öl heraus und kann das auf den Werk im Weltmarkt anbringen, dann würde Ölpreis wieder nach unten abrutschen. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das sollte man ernst nehmen. Rein charttechnisch muss man aber sagen, sieht das für den Ölpreis relativ gut aus. Wir sind so ganz leicht am kleinen Aufwärtstrend. Also das spricht eher für den Ölpreis. Aber wie gesagt, aufgrund der Risiken würden wir ganz klar sagen, hier drängt sich jetzt weder auf der Lone noch auf der Schwarz. Das ist ein klarer Einstieg auf. Wenn man so ganz mittel- oder langfristig anzieht, ein Analyst der Citigroup hat gesagt, man sieht den Ölpreis nie mehr bei 100 Dollar oder über 100 Dollar. Was sagst du zu so einer Prognose? Also mit nie mehr wäre ich an der Börse sowieso vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass es in diesem Jahr jetzt noch hochknallt auf 100 Dollar oder so etwas. Aber wie gesagt, das mit dem nie mehr. Ich meine, wir hatten ja auch, als wir über 100 Dollar waren, schon diverse Prognosen von, keine Ahnung, 200, 300 und so weiter. Das wird ewig weitergehen. Das kennen wir bei allen möglichen Assetklassen eigentlich. Also ich wäre da immer vorsichtig. Stand jetzt können wir einfach sagen, aktuell scheint der Ölpreis in der Range zwischen 40, 50 Dollar so in etwa halbwegs viel bewertet sein. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie schnell holt sich die Wirtschaft und wie schnell pumpen die großen Nationen wie die USA, wie Saudi-Arabien und Russland eben wieder Öl aus der Erde, um das Angebot wieder anzukurbeln. Und das würde jetzt entscheidend sein in den kommenden Wochen. Und so weit in die Zukunft kann ich gar nicht blicken. Wollen wir auch nicht. Das wäre dann wieder dieser Kaffeesatz lesen. Wir schauen jetzt ein paar Einzelwerte an, wie die aufgestellt sind im Moment und wie die sich vielleicht weiterentwickeln könnten. Royal Dutch Shell hat auch noch ein paar andere Projekte in der Pipeline. Da habe ich einen Artikel von dir erst, ich glaube von gestern oder die Tage auf jeden Fall gelesen. So einem neunartigen Projekt. Aber so ganz allgemein, wie steht es denn um Royal Dutch Shell? Ist ja ein bisschen drücker geworden, so die Ausschläge lassen. Ja, durchaus. Die heftigen Ausschläge haben wir jetzt hinter uns gelassen. Tennis Shell ist natürlich, muss man ganz klar sagen, der Verlauf war eher schwächer, obwohl der Ölpreis jetzt etwas zugelegt hatte. Das ist öfters ein Zeichen, kein Grund zur Panik, aber jetzt auch kein besonders ermutigendes Zeichen. Ganz klar muss man ja natürlich sagen, Shell hat darunter gelitten, dass man eben diesen Nimbus als der unfassbar zuverlässige Dividendenzahler, der seit 1945 nicht mehr gekürzt hat, dass man den jetzt eben auch verloren hat. Das hat wirklich Nachwürgung gehabt. Man hat auch gesehen, Shell hat zum Beispiel schlechter performt als eben Total oder andere Unternehmen der Peergroup. Grundsätzlich würde ich sagen, wer bei der Shell-Aktie herbei ist, die Aktie ist günstig, bewertet, notiert und der Buchwert. Dividendenrendite ist immer bei knapp über 4 Prozent, also immer auch ganz stattlich. Der Konzern ist breit aufgestellt. Er versucht mit verschiedenen Projekten eben auch, sich dafür zu rüsten, für eine Welt, in der eben Rohöl eine weniger wichtige Rolle im globalen Energiemix spielen wird. Da ist man auf relativ guten Wege. Und wie gesagt, ich persönlich fand eigentlich die Dividendenkürzung und auch das Aussetzen des Aktienrückkaufprogramms durchaus sinnvoll, denn man muss langfristig investieren. Das macht Shell immer mehr und ich glaube, das könnte sich auch auszahlen. Für uns ist es eigentlich eine relativ solide Halteposition. Wir würden sagen, wer dabei ist, sollte dabei bleiben. Stopp bei 12,80. Verluste vermeiden ist immer das Wichtigste an der Börse. Deswegen auch wirklich bei 12,80 dann eben die Reißleine ziehen, sollte es dazu kommen. Aber wie gesagt, noch hart haben durchaus die Hoffnung, dass man eben wieder leicht nach oben abdrehen könnte. Total. Das hast du gerade schon erwähnt. Schauen wir auch da drauf. Jeffries hat das jetzt in die Bewertung aufgenommen bei 44 Euro Kursziel. Wie schätzt du momentan total ein? Also total ist das sehr länger eigentlich so. Unser Favorit in der Branche liegt an verschiedenen Sachen. Also man ist von Kostenstruktur stark aufgestellt. Anders als zum Beispiel Shell würde man auch vorerst weiter die Dividende auf einem hohen Niveau zahlen können. Klar, man zahlt 2,50 pro Aktien etwa im Gesamtjahr. Man verdient dieses Jahr nur knapp 1 Euro. Aber im kommenden Jahr wird es wieder deutlich besser. Da würde man es wahrscheinlich wieder schaffen, die stattliche Dividende auch aus den laufenden Gewinnen zu finanzieren. Was uns bei total auch sehr gut gefällt, ist natürlich, dass man sehr stark in vielen Zukunftsfeldern aufgestellt ist. Man hat viel investiert im Bereich der E-Mobilität. Man hat auch spannende Wasserstoffprojekte zum Beispiel am Start. Also total ist und bleibt für uns eigentlich der Favorit und den großen Öl- und Gasproduzenten in Europa oder auch USA. Einen letzten Wert haben wir noch für heute, Gazprom. Nach dem Dividendenabschlag ist man unter Druck geraten. Also die Aktie unter Druck geraten. Was steht jetzt an? Wie könnte es weitergehen? Ja, also ich glaube schon, dass man diesen Abschlag doch wieder aufholen könnte in den nächsten Tagen und Wochen. Man muss natürlich sehen, das ist jetzt erstmal ein einmaliger hoher Abschlag gewesen. Acht Prozent Rendite hat man ja letztes Jahr quasi angezahlt. In diesem Jahr wird es definitiv weniger Dividende geben und für dieses Jahr. Man hat jetzt auch Zahlen vorgelegt, im ersten Quartal ist man sogar in die Flusszone gerutscht. Das ist Gazprom. Lange nicht mehr passiert. Lag einfach zum einen natürlich daran, dass die Öl- und Gaspreise deutlich zurückgegangen sind und zum anderen eben auch daran, dass einfach im Hauptmarkt, im wichtigsten Markt Europa der Winter wieder relativ mild war. Das hat eben die Nachfrage natürlich deutlich gedrosselt. Das sind aber jetzt letztlich Sachen, das sind alles kurzfristige Effekte. Mittel- bis langfristig bleiben wir dabei. Die Aktie ist natürlich nichts für schwache Nerven, wird immer politisch abhängig sein und so weiter. Aber an sich, man ist hervorragend aufgestellt, man hat die mit Abstand größten Erdgasvorkommen der Welt. Man wird die Marktmacht in Europa immer weiter ausbauen, ob jetzt Nord Stream 2 ein bisschen früher oder später erst an den Start gehen würde, sonst was über andere Wege kommt. Aber in Europa werden die Gasreserven über die nächsten Jahre hinweg einfach eher schwinden, dass Nordseegas eben zurückgeht. Fracking-Gas in den USA ist, glaube ich, für viele nicht so die super Alternative. Ich glaube, Gazprom.s Marktmacht in Europa wird weiter steigen. Hinzu kommt ja, dass man mit China sich einen riesigen Markt erschließt. Man ist in Gesprächen, seine LNG-Projekte weiter auszubauen, um eben auch in anderen Ländern zu expandieren. Also die Aussichten für Gazprom bleiben eigentlich relativ gut. Und zudem ist die Aktie immer noch sehr, sehr billig bewertet. Weit unter Eigenkapital. KGV für das kommende Jahr von knapp fünf. Also wie gesagt, man braucht Mut für Gazprom. Aber wer Mut hat und einen langen Atem, der kann da weiterhin gerne dabei bleiben. Thorsten, das war's für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Gern geschehen. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.